So, ich hab jetzt ohne Uhr wieder gestartet. Wir werden jetzt sehen, was passiert. Als ich da jetzt irgendwo so eine riesen Kolonne Gärtner auf den Weg machen müsste. So, weil jetzt ist der Tempel dran, das lass ich jetzt so laufen. Kommen noch mehr Gärtner. Und noch mehr. Und noch mehr. Von überall müssten jetzt Gärtner kommen. Entschuldigung, ich wollte es ja so laufen lassen. Das finde ich jetzt so, weil da... Ja! Gewonnen! Wir haben's. Aber trotzdem, die zwei dunklen Soldaten da sollten wir noch ausschalten. Wie sie jetzt sofort alle umdrehen. Schnell! Schnappt euch das letzte Stück! So, und jetzt sieht's so aus, als hätte ich gewonnen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Oh, guck mal, da sind noch Geologen am Leben. So, und dann würde ich jetzt mal sagen... Machen wir mal alle Gärtner weg. Alle. Und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Zu etwas ganz anderem. Und zwar werde ich, wie das letzte Mal, hier aus diesem Punkt einen Park machen. Und den werdet ihr dann gleich sehen. Wenn, also... Ich werde jetzt die Aufnahmen stoppen. Und beim nächsten Mal seht ihr dann diesen Park hier. Bis dann. Ciao. So, jetzt haben wir hier zum Abschluss noch den Park, den ich jetzt angelegt habe. Eingerahmt von Sporen... Von SPQRs. Also Sporen, würde ich mal sagen, hießen die Teile. Moment, ja, hier Spor. Nee, Standarten. Eingerahmt von Standarten. Eine Gedenktafel in der Mitte. Eine weitere Gedenktafel. Büsten. Bänke. Obelisken. Ein Denkmal. Blumen. Ritterstatuen. Vasen. Alles da. Eingerahmt ebenfalls noch von... Der ehemaligen... Verteil... Äh... Vom ehemaligen... Verteil... Äh... Belagerungsring. Hier oben sieht man auch noch den Abwehrring. Für glorreiche Schlachten als Denkmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht auf derselben Karte, aber diesmal auf schwer. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Ciao.